Herzlich Willkommen zur Non-Foyer Let's Play Kiss On Shadow Fall Und weiter geht's Wir müssen wahrscheinlich hier durch Ja wir müssen hier runter Verden Sie Gemeindeausseher und helfen Sie Ihre Nachbarschaft von unerwünschten Subjekten zu säubern Das sieht ganz schön hoch aus Wir müssen aber weiter Hier so Was sollen Sie für ihn tun? Sinclair Er hat doch irgendwas, stimmt's? Wir sind hier Was? Halten Sie Sie für speziell? Wüssten Sie nicht? Ich bin auch speziell Mann Wir alle Seien Sie still Wo ist er? Hey Langsam Kommen Sie Gehen Sie den Turm Tyron hat sich an seinem Fuß verschanzt Sie müssen mit einem Container runter in den Canyon Sie sind hinter mir hier Obenauf In der Plattform Das ist eine Zeichung nachfragt Sie die Zerstörung Habe ich eine Chance Ich habe was gut Mal sehen was ich tun kann Mehr habe ich nicht gesehen Greifen Sie zu Okay alles klar Hier habe ich ja noch was Können wir aufheben Hier liegt auch noch was Können wir leider nicht aufheben Okay Dann machen wir da weiter Und auf So ein Tunnelschacht Wir haben gerade die vermisste Patrouille gefunden Alle tot Wer würde so etwas wagen Keine Ahnung Aber es muss auch eine große Gruppe sein Wasser bleiben Und auf So wo sind wir denn jetzt genau Wir sind auf jeden Fall dahinter Das weiß ich Wie der Checkpoint Ist da ein Gegner Ich habe keine Ahnung Können wir hier auch entlang Ja können wir sogar Aber wahrscheinlich kommen wir da nicht weiter Ach da sind welche Okay Okay dann greifen wir an Drohne Greif an Und Ablenkung Und ich schieße Mist nachladen So jetzt aber Dahin kommt auch noch einer Ah Mist So jetzt aber Der ist tot Der lebt noch Jetzt nicht mehr Komm Drohne wenn es geht Bei Wahn Dann wird die andere Waffe Weil der ist immer genauer Der lebt ja immer noch Schimpfst du jetzt mal Die anderen können den wiederbeleben Deswegen muss er ganz tot sein Da ist auch noch einer So jetzt müssen wir in die Richtung weiter gehen So glaube ich es jetzt mal So glaube ich es jetzt mal Was ist mal da entlang Und tschüss Toll ist er Ja Wo sind wir jetzt da hoch Ich habe da jetzt echt Gerade keine Ahnung Wo genau hoch es geht Ich hoffe es mal hier hoch Ja müssen wir Checkpoint Oh da greift Drohne Mist Ja jetzt klappt es Oh die Drohne passt sogar da durch Sehr gut So die müssen ganz tot sein Ist da oben ne Kamera Sogar die Menschen sterben Ist gar nicht gut Komm her Boah Nein Komm hilf mir Drohne Sehr gut Jetzt bin ich schon wieder fast verreckt War das wieder für eine Waffe Und Zeitlupe Habe ich ihn Boah Jetzt aber Wie viel kommen hier noch Boah Zündet es Boah Boah das war aber wieder knapp hier Da ist auch noch einer Boah Euch geht es an den Kragen Wie viele Gegner kommen überhaupt noch Wann ist alle? Ich glaube das waren alle Kann nicht irgendwas wieder aufheben Da geht es ja nicht weiter oder? Habe ich jetzt gar nicht so nachgeschaut Doch hier geht es weiter Und scannen Da komme ich jetzt Durch die Tür zuerst Ok alles klar Wieder durch die Tür scannen Und auf damit Hallo Und tschüss So den haben wir jetzt mal Ist denn noch einer? Das ist irgendwie so ruhig geworden Bisschen zu ruhig Ok Gehen wir mal die Seite entlang Vielleicht können wir uns ja hinten anschleichen Oh oh Du hast nichts gesehen ok Nichts gesehen und tschüss Oh oh Du bist jetzt der nächste Tschüss Woah Ok das ist da was Irgend so eine rote Scanner Die wissen dass ich angeblich jetzt hier bin Aber die Frage ist jetzt Wie komme ich jetzt hier raus? Vielleicht finden wir hier noch was Ok Ok Okay Okay Er hat sich eine Olivia Ich weiß nicht Ich kenne Ich 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 Ein gamma 5 eingesehen werden das subjekt blieb für circa sieben stunden vor ort das subjekt war zeus unter zwang körperlich zu willen um sich dessen wohlwollen für zukünftige aufträge zu sichern dann ist das subjekt in ihr domizil zurückgekehrt die überwachung endete um 2100 standardzeit okay da kam noch eine leichte hohe anscheinend jetzt gehen wir runter also habe ich zuerst gar nicht gesehen hier wohl schon hier drin war da ich ja ist klar ich hoffe natürlich wo führt uns das jetzt hin ist die frage dann kann man ein bisschen ja noch die aussicht genießen erscheint die sonne so wie es aussieht ist ein bisschen fröhlicher wieder es ist aber ganz schön lang auf jeden fall bis wir mal runter kommen ich hoffe dass wir gleich da sind die mission ist auf jeden fall etwas schwerer geworden wie lange dauert das hier noch okay jetzt sind wir da da hinten also das können noch ein langer weg werden ganz hinten okay die seite müssen wahrscheinlich nicht oder okay audio datei aufheben ich hinterlasse das als testament falls ich nicht zurückkomme weg da wird brennen die unterdrücker kriegen was ihnen zusteht mir soll das alles recht sein denn das was ich tue ist ehrenhaft das hat teilen uns gezeigt obwohl dies dunkle zeiten sein mögen wird der sieg ein zeitalter des wohlstandes und des lebens bringen dass die hellgast verdienen ich freue mich auf den tag an dem meine kindeskinder nicht mehr wissen was unterdrückung ist und teil einer welt sind die sie als das akzeptieren wird was sie sind was immer auch gesagt wird welche lügen verbreitet werden es ist wichtig dass du weißt dass ich all dies für dich und die kinder getan habe schon bald wird die geschichte beweisen dass wir im recht und unsere taten die taten von helden waren also jetzt die türe öffnen und auf muss ich da jetzt abschießen sind auch nur menschen lasst mich durch wehe einer greift an sieht bis jetzt sehr gut aus nicht heulen okay ist nur auffällig checkpoint wieder hier liegt nur müh rum ihr könnt auch mal aufräumen das habt ihr wahrscheinlich nicht nötig gehen wir hier weiter alles ist hier so zu gemüllt und auf das sind wieder menschen oder wahrscheinlich wieder geradeaus kommt aber auch zur toilette raus das ist sogar mit wir gehen aber trotzdem mal weiter oh oh das bedeutet nichts gutes und auf mit der türe sowas wie seid ihr jetzt natürlich die die wissen dass ich hier bin die menschen waren aber auch auffällig zu auffällig die hauen da extra wieder ab ich hoffe ja natürlich gar nicht dass sie mich finden kann ich da runter mit springen ja ich hoffe es ja ja komm ich checkpoint erreicht sehr gut jetzt die runde tschüss da ist auch noch einer schiffst du jetzt mal also tot ich habe euch den neben gerettet die haut ab okay da kam er das war jetzt die richtung oder ne die richtung ich geh einfach mal hier durch ich weiß nicht wie viele gegnern auf mich zukommen werden weh da kommt auch noch einer ich hoffe es ja bloß nicht da hinten ist er tot na ich hoffe es ja heute abend wird ein bisschen gegrillt würde ich mal sagen so ein leckeres steak so jetzt die richtung oder die ich entscheide mich mal für die richtung dann mal ein bisschen munition leitung reaper one position container city status kein kontakt verstanden vorrücken machen sie meldung ende die miliz wächst überall sind markierungen der black hand wir verschwenden unsere zeit hier unten keiner der bewohner wird mit uns reden sie unterstehen jetzt tyron wenn visari nicht bald handelt werden wir das demnächst alle tun ok ich hätte in die andere richtung auch laufen können hier ist noch einer drohne sehr gut boah das sind ein bisschen zu viele gegner wo denn was für eine richtung hat da hinten hier ist einer hat es ein bisschen leichter gemacht für mich so eine frage ich mal die andere waffe raus das ist jetzt nicht dein ernst ein bisschen erholen da kommt einer und er hat mehrere bleibt muss liegen ok denn es ist noch einer da ist jetzt eine kampfanzeige würde ich jetzt mal sagen ich wechsle jetzt die waffe wahrscheinlich kein muni doch ja woher kam der jetzt aber das sind die alle jetzt vorgelaufen ohne ich werde immer sowas von schnell angeschossen das ist unglaublich einfach ich schieße bleibt mal liegen das bringt ja euch ja nix ich laufe mal an die andere seite kein Wunder dass ich immer so schnell angeschossen werde wenn da andere seite auch noch weg sind so wir müssen weiter auch wenn ich nicht weiß wie viele gegner noch auf uns warten da hinten noch und tschüss klappt es nicht man die granaten klappen ja gar nicht komme ich eben von der andere richtung ist er tot ich denke schon ah ok da muss einer drüber laufen ist kein Wunder dass das nicht funktioniert hat checkpoint wieder sehr gut dass wir es bis jetzt soweit geschafft haben und wir müssen hier drauf dann 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 Vielen Dank.